Stoder graben entlang des Wildkogelbaches. Sonnberg Links Schleife Moosbach, gerade Abkürzung. Links um den Schwarzberg herum. Links um den Schwarzberg. Links um den Schwarzberg. Links um den Schwarzberg. Hattlerwiese hinunter. Bei der Hattlerwiese rechts ins Moosbachtal. Die Moosbach-Abfahrt. 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 Vielen Dank. 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 Richtsabzweigen zum Spadenberg. Am Spadenberg Sattel rechts in den Wanderweg hineinfahren. Da es schließlich zu steil wird, muss man das Rad abstellen und zu Fuß auf den Spadenberg-Gipfel in den Wanderweg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Spadenberg-Gipfel. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Steilstelle beim Abstieg. Der Bogenbogen-Bärenkugel. Links in den Spadenberg. Und der Bogenbogen-Gipfel. Eine Forststraße. Eine Forststraße. Und der Bogenbogen-Gipfel. 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 Die rasante Abfall vom Plattenboden. Wanderung zum Sauzahn. Wanderung zum Sauzahn. Der Sauzahn selber kann nur angeseilt erklettert werden. Abfahrt vom Spitzberg bzw. Halbläden nach Laussa. Der Sauzahn. Der Sauzahn. Nach der Pfarrkirche Laussa links einbiegen. Der Sauzahn. 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 Der Sauzahn.